Wir nähern uns dem Yamantabunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungsgruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Ja, aber damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir waren in der letzten Folge dran mit diesem kleinen Hinterhalt. Dann habe ich allerdings die Aufnahme unterbrochen. Also wusste ich halt, wie gesagt, weil ich auch noch ein paar Sachen zu erledigen hatte. Jetzt geht es heute weiter. Ich bin mega heiß und mega gespannt, wie es einfach jetzt weitergeht und alles drum und dran. Und das werden wir jetzt sehen. Diesmal geht das mit dem Ladebildschirm auf viel schneller. Ja. Äh. Warte mal. Komm ich raus? Nee, kann man nicht. Mama? Mama? Kann man hier noch mal was mitnehmen? Ist nichts hier. Ist gar nichts zu mitnehmen gerade. Ich will hier gerne mal irgendwie. Hallo, eine Pizza bitte. Äh, was? Alter, ich will hier raus. Hallo? Hör damit. Kann man hier raus. Ich weiß nicht, was du gerustest. Ich weiß nicht, was du gerustest. Wenn du mir gerustest, wie du gerustest bist.... die wollte ja war richtig so weiter geht die reise ich muss mal kurz mal so was wolltest du eigentlich noch von mir okay ich dachte wäre doch immer einer gewesen ich bräuchte mal irgendwie ok weiter geht die reise so kommen wir jetzt irgendwie durch ne kommen wir nicht ich bin dran das war könnte man ausmacht doch könnte man schon ok hier sind wir ja schon durch was wir hier irgendwas aufmachen alter das heißt du solltest du ja nicht anbrennen durch das auch nein ich will kein schlaf hier machen jetzt schaut alter was geht ab ja der ist tot ich bräuchte aber munition für die hüften ich will die waffe nicht ich bin immer ein bisschen zu schnell beim drücken im drücken ich bin immer mit ich bin immer mit äh ja ich bin immer mit ich bin immer mit zack weiter geht die reise ich bin immer mit der kollegen direkt mit in meinem zug ich bin immer mit ich bin immer mit Das Feuer geradeaus. Da kommt noch mehr von denen, ne? Ich glaube, sterben, Kollege. Schiffst du mal jetzt endlich? Okay. Scheinbar sollten wir da nicht durchgehen. Scheinbar ist das nicht so eine gute Idee, da weiterzugehen. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, dass ich diese... Warte mal, hier war was. Was war das hier? Hier. Ah. Okay. Aber ich will jetzt irgendwie mal diese... Ist das Gasleitung oder was auch immer da ist? Achso, der wurde hier wieder zurück, ne? Ah, jetzt sind wir nämlich hergekommen. Boah, Alter, ich muss diese... Ich glaube, Gasleitung ist es gar nicht. Das ist irgendwie so eine heiße Luft oder so. Wirklich eine extrem heiße Luft, die ist nämlich gerade ganz schön durchgekocht worden. Die Frage ist, wo kriege ich die jetzt zugemacht, die Leitung? Wie kriege ich diese Leitung jetzt dicht? Das wäre nur eine Idee. Na ja, da komme ich nicht weiter. Das ist Waffe, komm mal. Ja, das ist klar, aber ich brauche irgendwie... Da werden wir nämlich... Ne, da werden wir nicht... Da werden wir vielleicht ein bisschen einen anderen Weg finden. Wahrscheinlich hier durch. Wieder zurück. Die zwei Typen da mitgenommen. Ah, ne, okay. Ich hätte sagen können, dass wir da wieder durch müssen. Ich bräuchte irgendwie mal einen anderen Weg oder so. Das wäre eine Idee. Alter. Das ist ziemlich krank gerade. Oh, da komme ich durch, okay. Hier war die Tür. Ich sehe eine Möglichkeit, irgendwie was abzustellen. Scheint nicht, ne? Zumindest erstmal nicht. Hier sind wir ja wieder durchheben. Hier kam er ja vor. Okay, hier haben wir angefangen. Irgendwie muss er eine Möglichkeit geben. Irgendwie muss er eine Möglichkeit geben, diese Schleit... ...die, die, 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 äh... ...geist das so da irgendwie abzustellen oder sonst noch was abzustellen. Oder sehe ich das etwa falsch? Oder bin ich jetzt so blöd und finde den Weg einfach nicht? Warte mal, was ist mir? Ich nehme es auf so einer komischen Kammer. Ich muss glaube ich mit der Tasche nach Brumm. Da hab ich gesagt, jetzt wird es auch Schüsse gehabt, die jetzt sehen oder nicht. So, Munition und alles mitnehmen. Alter. Keine Ahnung, Alter. Ja, ich finde gerade den Weg nicht. Ich komme nicht hoch da. Weil ich bin gerade überlegen, ob ich nicht da oben einfach... ...wenn ich versuche, da oben durchzukommen. Oder ist das ein falscher Weg? Das ist ein falscher Weg. Das war nun mal so eine Intuition. Scheinbar scheint das zu klappen. Ja, richtig so. Ja. Das war die kranke Welt gerade. da kommt ein example von denen ich muss die waffe laden ich weiß, ich komme mit die sohn, ne? ich habe gar keine Saison, ne? ich habe gar keine Saison, ne? da, nehm ich die mit sicher, sicher da habe ich ja wieder eine Saison mit dabei gut die frage ist was erwartet ist hier weiter wir sind uns da ist das krank ist das krank die Kommandozentrale gehört uns falls der Funk ausfällt versammelt sie euch hier Idiot! Sieht ihr die Steuerung für Türen und Aufmerksamkeit? Was können wir dir nicht, die wir nicht brauchen? Lasst sie in der Pflege in den Kreiswäldern! Jawoll! Jetzt sind wir es aus gekommen.. jetzt hab ich nicht Spreak 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 ich sehe dich ich sehe nicht woher hier unten durch jetzt sind wir ja auf dem richtigen weg die zwei das sind vermutlich noch zwei da sind wir noch einer oder so ich habe doch mal einer gesehen mit der schlampe oder so da ist der Meine Frissel. Das war jetzt aber gut. So. Ja, schnappt sie, schnappt sie, schnappt sie. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Me 2 Exodos. Und dann gucken wir mal, schnappen sie uns oder schnappen wir sie. Das erfahren wir dann.